Hallo, ich bin Clariel. Ich bin Elisa. Und sie dreht heute mit mir eine Milchshade-Challenge. Milchshade-Challenge. Wir haben ja immer drei Sachen zur Auswahl. Und da muss man sich eins nehmen. Und da muss der andere herausfinden, was der genommen hat. Lisa, hast du verstanden? Also wie bei der Schleim-Challenge. Also du suchst dir was aus. Und dann müssen wir gleich zeigen, okay? Ja. Wenn ich mir auch was ausrufe. Aber erst mal machen wir Schick-Schack-Schon, wie er anfängt. Schick-Schack-Schon! Gewonnen! Also es gibt einmal hier Twix. Einmal Milk-Cuey. Und einmal Mars. Und ich such mir jetzt... dieser ist ein Wiesel. Pst! Diese ist ein Wiesel. Lisa, du bist dran! Ich war's. Ich war's. Zeigen? Oh, Elisa, du hast dich falsch gemacht. Ist aber nicht so schlimm. So, jetzt werde ich rein tun. Soll ich dir helfen, Elisa? Ja. So, kannst du jetzt reinkippen? Und rein. Meins riecht nach Schokolade. Und meins riecht nach, ähm, auch Schokolade. So, bist du jetzt fertig, Elisa? Ja! Also nächste Runde! Elisa, jetzt bist du dran. Hier haben wir verschiedene Schokoküsse. Einmal die hellbraunen. Einmal die weißen. Und einmal die dunkelbraunen. Und Elisa darf anfangen mit Aussuchen. Elisa, du bist dran. Ich nehme. Ich nehme. Elisa, du darfst dir eins aussuchen. Los, Elisa. Ich habe schon das hier genommen. Jetzt bist du dran, Clara. Okay. Hm. Ich nehme. Oh, die, die mag Elisa bestimmt. Die nimmt Elisa bestimmt. Zeigen. Oh, ich habe nicht die gleichen. Okay. Einmal. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Und dreimal. Und viermal. Mh. 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 Schmeckt gut, oder Elisa? Mh. Das war lecker. Jetzt warte ich, bis Elisa fertig ist. Und dann kommt die nächste Runde. Mh. Fett. Also dann, nächste Runde. Jetzt bin ich wieder dran. Hier haben wir einmal Schokostangen. Und hier haben wir Brausebonbons. Und hier Toblerone. So, ich fange jetzt an. Okay, Elisa? Ja. Wenn ich gucken. Wie ist das hier? Jetzt bist du dran, Elisa. Ich nehme. Das. Feigen. Oh, Elisa, ist wieder das Falsche. Kannst du das aufmachen? Soll ich dir helfen? Irgendwo. Ja. Ah, hier. Danke. Das sind meine Trocken. Mach. Oh. Oh, ein bisschen, da ist auch noch was drin. Ich bin fertig. Ich bin auch fertig, Elisa. Dann die nächste Runde. Ups. Nee. Das war's. So, jetzt ist Elisa wieder dran. Nee, nee, nee. Warte, Elisa, ich muss noch zeigen. Pff. Das sind Smarties. Und das hier sind Schokoladenkäse, die schmecken mir leider nicht so. Ich auch nicht. Ist so scharf. Und hier sind Schokoladenkäse. Ja, genau. Es ist so scharf. Und hier sind so Schokoladenkäse. Und hier sind Schokoladenkäse. Lisa, du darfst dir was aussuchen. Schmieden. Pff. So, jetzt bin ich dran, oder? Ja. Hm. Aber nicht gucken. Okay. Uh. Nehmen wir das hier. Das sieht wirklich lecker aus. Zeigen. Ah, da hast du recht. Das waren die gleichen. Das sind so kleine Kügelchen. Hihi. Drei. Drei. Vier. Jetzt habe ich schon ganz viel Schokolade drin. So sieht es meiner aus. So sieht es meiner aus. Das riecht nach Schokoladenregeln. Und hier riecht es nach Vanilleschokolade. Sind jetzt alle fertig? Ja. Nächste Runde. Jetzt bin ich dran. Hier haben wir einmal Salzstangen. Die mögen wir besonders gerne. Und hier Oreos. Die schmecken auch richtig toll. Und das sind hier Kekse. Die kenne ich aber noch nicht. Ich auch nicht. So Elisa, jetzt bin ich dran, okay? Hm. Ich nehme... Was hier? Du bist dran Elisa. Ich nehme... Blaustangen. Zeigen. Oh, das Richtige. Gut gemacht Elisa. So sieht jetzt meiner aus. Richtig lustig. Elisa, brauchst du dich zu zerbrechen. Schreddern wir eh mit so einen Schredder. Fertig. Und dann? Nächste Runde. Genau. Nächste Runde. Jetzt ist Elisa dran. Zeig mal, was du da hast. Ähm... Pferdenaschig. Und Cola-naschig. Und... Ähm... Kirschenaschig. Super Elisa. So, und du darfst anfangen. Ich nehme... Kirschenaschig. Ich... Habe ich schon gehört, Elisa. Also Elisa, nochmal aufwählen. Nicht so laut sagen. Ja. Ich guck nicht. Ich guck nicht. Okay. Dann gucke ich. Äh... Bist du jetzt fertig? Mhm. Okay. Mh... Ich nehme... Diese Kirschenaschis. Ich hab das gezeigt. Mh... Schmeckt gut, aber ist nur ein bisschen hart. Mh... Die Kirschenaschis schmecken gut. Nächste Runde. Mh... Mh... Jetzt bin ich wieder dran. Einmal haben wir mal Vanillesoße. Schokoladensoße. Mh... Und Erdbeersoße. Mh... Jetzt entscheide ich nicht. Mh... Oh, das sieht gut aus. Das nehme ich. Lisa, du bist dran. Ich nehme... Mh... 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 Oh, das ist ja das gleiche zum Guten! Gut gemacht, Elisa! Mh... 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 Geschaut. Mh... Mh... Das war aber schnell, wenn der Brat gekommen ist. Bist du fertig, Elisa? Jetzt mixen. Und jetzt nur noch mixen. Ich warte, Clarie. Ich bin schon fertig, Elisa. Das schmeckt nach Sushi. Sushi? Das riecht nach Keks oder so. Oder Marmelade. Oder Schokoriegel. Oder Schoko. Meins riecht nach Schokovanille. Sieht nicht so lecker aus. So sieht meiner jetzt aus. So sieht meiner jetzt aus. Schokolade. Wirbel anfangen. Ich. Müsst du mir das reintun? Ja. Und jetzt? Und jetzt, Clarie? Das wird dann nicht spaßig. Und dann mixen. Leckerli. Du sagst, wenn er fertig ist. Er ist fertig. Leckere Creme. Sieht lecker aus. Ja. Und jetzt ist mein Milchshake dran. Ich glaube, der ist jetzt fertig, oder? Und da rein mit der Creme. Eins, zwei, drei und los. Und dann geht's los. Mhh. Mhh. Das schmeckt nach Vanille. Meiner schmeckt nach Schokolade, Vanille. Schokolade, Vanille. Das Eisstamm schmecke ich irgendwie nicht. Mhh. Mhh. Ne, auch nicht. Mhh. 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 Deine Schauschen. Mhh. Mhh. Und dann Toschen. Lisa, welchen findest du besser? Öhm. Klaras. Find ich auch. Meiner schmeckt irgendwie süßer und, ähm, ja, Schokolade und so. Mhh. Klaras schmeckt nach... Mhh. ...Eρbbeersauce. Naja, da ist eigentlich nur Schokolade drin. Ha. Ich muss wieder tauschen. Meiner schmeckt nicht ruhig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo, ich bin der Mixer. Hey, bitte lass die so. Guten Abend. Ich laufe, ich laufe. Das sind Wistels und Wacken.